Hallo und herzlich willkommen zu Super Simple Life. Ich bin gespannt, was die jetzt noch alles hier macht und wie schnell das Ganze geht, wie die Town Hall und so. Ich hoffe, der Mod packt nicht zu vollkommen ab. Okay. Ah, hier geht's noch weiter. Zureden? Ja, jetzt kann ich noch mal wieder rein. Oh, Entschuldigung. Okay. Noch ein ausheben. What the fuck? Warum denn so tief? Bist du bekloppt? Oh, warum denn? Oh. Okay. Okay. Aber dann kann ich wenigstens dem Ding schon mal sagen, wo das Workerbuilding-Cut hin soll, korrekt? Oder auch nicht? Der mit. Vielleicht dazu brauchst du den, glaub ich, im Inventar. Soll die erstmal hier zu Ende bilden, bevor wir hier etwas anfangen? Alles? Echt? Ach, scheiße. Das ist nicht cool. Warum so tief? Oh, nein. Oh, das noch. Es wird dunkel. Gleich mal kurz hinlegen. Was hab ich denn an? Ach so, die Hose. Oh Gott. Ich weiß schon, in welchem ich den Wippen gesagt habe. Doch, guck. Oh, eine nächste Frau. Gut Tag. Ich muss noch arbeiten hier. Sorry, keine Zeit. Kannst ja gerne helfen. Ich muss mich helfen, nein. Ich muss mich helfen, nein. es ist viel boden warum 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 so viel erde Das freut mich. Die braucht auch noch eine Schaufel. Kommt sofort. Kommt sofort. Bitteschön. Viel Spaß damit. Bitteschön, komm, du kommst hier mit dir. Okay. Okay. Ich bin gespannt, was das wird. Da brauchst du bestimmt nachher Material, oder? Ah, sie hat Material, okay. Ich glaube, sie will Material, oder? Oh, 110 Kobbelse. Ja gut, dann sollten wir jetzt mal unser Camp hier aufsetzen, damit wir mal Sachen besorgen gehen können. Gut, gut, gut. Erstmal irgendwie alles hier rein, was wir gerade nicht direkt brauchen. Das weg, das weg. Das ist auch erstmal weg. Kobbelstown, die brauchen wir ja. Aber auch zum Basteln von Tools, denke ich. Ja. Hetzt mich nicht. Mein Gott, wir sind ganz schön vorne, Madame. Madame, ha? Okay. Äh, wo könnte hier ein guter Ort sein zum Buddeln? Ich glaube da vorne. Mhm. Da. Ich glaube, wir haben ja genug Kobbelstown in der Nähe. Ach nee. Das ist alles kein Kobbelstone. Toll. Hm, Mist. Doch, das ist... Nee, das ist... Können wir das zu Kobbeln machen, wenigstens? Leicht? Aus 4? Ja! Nice! Okay, gut, dann ist das doch nicht ganz so schlimm. Dann nehmen wir das Zeug. Das auch? Ich denke auf den schon. Silksstone, Kohle... Gut. Soviel Steinarten. Was sind da? Pferium, achso. Okay. Soviel Steinarten. Soviel Steinarten. Okay. So. So. Das nehme ich gerne mit. So. Ähm. Hier mal noch ein bisschen... Ich brauche da, glaube ich, mal recht bald Tinkerstools. Weil sonst sie ewig dauern wird. Wahrscheinlich. Gucken wir mal. Bist du auch ein Stein? Ja. Bist du auch ein Stein? Bist du auch ein Stein. Oh, du gehst schneller. Ist gut. Limestone. Sehr gut. Und nochmal Kohle. Schön. So. 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 Kohle, Kohle. Oh. Ganz viel Kohle. Das sage ich nicht. Nein. So. Wie gesagt. Texturen. Da gucke ich nochmal. Aber ich denke, es wird sowas werden. Irgendwas. Was gering pixeliges. Wie zum Beispiel. John Smith heißt das, glaube ich. Das Texture Pack. Das ist auch wunderschön. Ich wünschte. Ich wünschte. deren Pixel Art. So gut man könnte. Ein 16er Pixel Texture Pack rausbringen. Aber das ist einfach. Erstmal hab ich dafür. So wird es inzwischen gar keine Zeit mehr. Und ähm. Es ist scheiß viel Arbeit. So. Wie schaut's aus? Das geht schon mal nicht. Schade. Das auch nicht? Ah scheiße. Also ist nur der übrig. Mist. Mist. Verdammter. Mist. Sind wir den noch anders umgewandelt? Aber ich mein, kann man den irgendwie Cobblestone nutzen. Auch wenn man ihn nicht umwandeln kann. Mist. Nun gut. Ah, das hat alles gut. Ewiges Gebudel. Egal. So. Das sind 70, 76. Aber ja. Das war irgendwie klar. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen. So eine Art Farm. Also. Grind. Nicht Farm. Genau. Grind. Das ist auch hier gebaut, was ich suchte. Grind Pack sein könnte. Ja. Am Anfang ist es eigentlich immer Grinding. Im Sinne von. Rohstoffe besorgen. Und so weiter. Und. Mabel. Mabel. So. Gut, das sollte reichen. Für jetzt. Gut. Und dann gucken wir mal. Es ist wahrscheinlich noch eine Menge Holz und Zeugs. Ah. Bitteschön. Das macht er anständig, ja? Sonst gibt's Ärger. Ah, gut. Holz. Okay. Kommt sofort. 124 Oakwood. Okay. Aber Oakwood heißt nicht, oder? Oh Gott. Ich weiß es nicht. Okay. Wir werden sehen. Ähm. Kann ich da raus. Äxte bauen. Bitte. Nein. So gar nicht. nicht cool. Nicht cool. Nicht cool. Nicht cool. Jaha. Kommt sofort. Ah, dammit. Ähm. Ich mal nicht gerade. Kann ich Kupfer-Äxte machen? Ja, ja. Kupfer-Kupfer. Bla bla. Smelting bla. Kupfer-Axt. Ja. Das kann ich. Oh. Schlafen. Was mach ich da mit meiner Axt? Okay. Zwei. Neue Bewohner. Wie schön. Ah, okay. Ähm. Gut. Smelting bla. Und. Ähm. Wo ist es? Bäh. Oh Gott. Ich hab noch mehr gesehen, aber. Machen wir erstmal so. Und. Dann. Ähm. Ich könnte auch. Haben wir hier Dingens drin? Oh. Esquation oder so. Oh. Dann mal mit. Wöt. Dann mal mit vielleicht gerne mal ein bisschen ein bisschen ins Movement. Bla bla bla... Bla? Hm. No. Gut. Okay. Okay. So. Mal gucken, wie gut die ist. So viele Bäume fällen, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber ja. Wir machen das Townhall-mäßige erst weiter, wenn wir dementsprechend Material haben oder Material besorgen können. Hm. Zehn stünden später haben wir es gleich geschafft. So. Genug Baum gefällt. Ich hätte so noch irgendwie auf dem Weg zurück ein bisschen Baum wieder hinsetzen, sonst ist es blöd. Äh, wo denn am besten? Ich glaube irgendwie hier. Doch nicht. Ja, so Bäume wieder hinsetzen, einfach so. Random. Ich weiß nicht, haben wir auch alle auf dem Haufen jetzt, aber es wäre ziemlich hässlich. Wir wollen ja nicht unbedingt alles gleich hässlich verunschalten hier. Hup, 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 hup. Ich brauche nochmal ein bisschen Platz für diverse Gebäude, denke ich mal. Mal gucken. Ja. Kommt sofort. Also. Ähm. Hoppti, hoppti. Bitteschön. Jetzt mach bloß alles draus. Ansonsten verhau ich dich gleich. Oh Gott. Schönes Holz. Das ist der Boden, oder? Naja. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Willst du mich verkack-eiern langsam? Cobble Stairs. Okay. Ich glaub, sie will mich verkack-eiern. Ich will acht. Gib mir halt dein Cobble Sturm wieder. Oh, man. Nicht cool. Ob du alles hier rüber rennst. Ohne Tante. Go. Do your job. Goddammit. Ob sie das Ding niemals fertig bauen wird? Okay. Nur ein Gebäude. Schön. Mach das bloß hübsch, ey. Hast du mich gehört? Okay. Toll. Das ist vorne. Naja. Wir können noch ein bisschen begradigen. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Zäune. Okay. I see. Ähm. Ich tue sie eh nicht. Also lass mich. Ähm. Okay. Okay. Ein Baum noch. Dann haben wir es hoffentlich geschafft. Frenz ist. Immer nur. Gut. Herrje. Bin ich froh, wenn dieses blöde Gebäude völlig ist, ey. Ohne Witz. Das bringt mich unverstanden. So viel Holz gebracht. Weiße. Man kann nicht mal da raus einen blöden fucking Zaun machen. eine Pfarrer. Eine Pfarrer. Eine Pfarrer. Birkenholz für Sticks. Ohne Witz. So. Hier noch ein Armerraum. Ach. Oh. Toll. Auch das. Na gut. Okay. Wir machen aber gleich Zäune. Um Gottes Willen. Ich weiß es gar nicht. Gute Frage. Frenz. 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 Okay. Das war Zaun. Okay. Ähm. Hab ich doch schon. Und. Wow. Was es nicht alles gibt. Storage Solutions. Oh. Mataduji ist hier. Settling in. Oak Planks. 64. Ein Night Stage. Äh. Statue. Äh. Bilders hat. Hab ich doch schon. Oh. Was brauchst du? No. Och man. Es ist Nacht. Ab ins Bett. Hast du grad echt gesagt, du brauchst so viel Oak Planks? Willst du mich verarschen? Jesus Christ. Du machst mich fertig. Ohne Witz. Ohne Witz. Ich hasse dich. Holy schmoly. Okay. Gut. Dann machen wir mal Stein. Ne. Äh. Äxte. Hab ich? Ach Gott. Ja. Ja. Nervensegel. Wo hab ich Comcastle gefarmt? Da vorne irgendwo. Werden die niemals fertig. Mein Gott. Hunger hab ich. Au. Wow. Skeletora. Nein. Au. Geh weg. Shit. Ich glaub, man ist gut. Oh. Shit. Ah. Alter Vater. Okay. Was zu essen. Ganz dringend was zu essen. Ähm. Okay. Meinung, meinung, meinung. Das war's schon wieder? Oh Gott. Was brauchst du nur? Ach. Maul. Ähm. Was wollte ich? Ich wollte was zu essen. Was anständiges zu essen. Sowas zum Beispiel. Total anständig. Schokolade. Hm. Äpfel hab ich noch. Äpfel hab ich noch. Was wolltest du nun? Kann man das nicht irgendwo nachlesen, was du alles brauchst? Wood stairs. Okay. 170. Wow. Mann, da muss das ziemlich viel. Okay. Hatte ich jetzt, ähm... Warte mal. Cobblestone. Können wir nicht grad irgendwie mal so eine Cobblmaschine hinstellen? Das wäre echt nett. Ähm. Essenz. Wir könnten daraus Essenz machen. Wobei, dafür hab ich bestimmt noch nicht genug. Hm. Chiseling. Ich glaube... Okay, ähm... Ähm, ja. Auge zu und durch. Ich würde sagen, ich fahre bis zur nächsten Folge mal alles so, was sie so braucht. Und wir sind uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.